Die offizielle Öffnung ist morgen am Donnerstag um 18 Uhr mit einer großen Halliparade und mit Feuerwerk und am nächsten Tag, dem Freitag, dem 1. September, ist das Lokal regulär offen. Wir haben uns für den Standort Villach entschieden, weil wir nach dem größten American-Restaurant in Brunheim-Gebirge und unserem Stammhaus in Graz auf der Suche nach einem dritten Standort waren und da ist das Angebot von der Cineplex-Gruppe gekommen, hier in Villach im neu renovierten Cineplex die Premium-Gastronomie zu übernehmen und wir sind überzeugt, dass das eine Win-Win-Situation ist für das Kino und auch für uns. Es erwartet Sie, beste amerikanische Küche, Sie kriegen wunderbare Steaks aus Amerika, den Black Angus, das ist eine der besten Steaksorten der Welt und wir legen auch Wert auf regionale Anbieter, das heißt, überall wo wir sind, arbeiten wir mit regionalen Fleischereien zusammen und die produzieren für uns auch wunderbare Steakspezialitäten. Es würde mich freuen, Sie ab 1. September bei uns begrüßen zu können. Wir freuen uns, Sie bei uns zu sehen.